Vertraue Gott immer, die Menschen in Judah verfolgten den Propheten Jeremia, weil er den Geist Gottes aussprach. Der Missbrauch zwang den Propheten zu einem inneren Kampf und erwog eine Möglichkeit, die Vorgehensweise zu ändern. Er dachte daran, nicht mehr die Wahrheit zu sagen, aber Gottes Geist ließ ihn das nicht zu. Jeremias Ausdrücke wurden wie berichtet zitiert, O Herr, du hast mich veranlasst, und ich war überzeugt, du bist stärker als ich und hast dich durchgesetzt. Ich bin täglich verspottet. Jeder verspottet mich. Denn als ich sprach, schrie ich, ich rief, Gewalt und Plünderung, weil mir das Wort des Herrn täglich zum Vorwurf und zum Spott gemacht wurde. Dann sagte ich, ich werde ihn nicht erwähnen und nicht mehr in seinem Namen sprechen. Aber sein Wort war in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Knochen, ich war es leid, es zurückzuhalten, und ich konnte es nicht. Jeremia 20, 7-9 Lektion Christen müssen sich jederzeit für die Wahrheit einsetzen und den Geist Gottes aussprechen. Von uns wird erwartet, dass wir die Wahrheit sagen, auch wenn es nicht bequem ist. Natürlich wird die Verfolgung gegen uns aufkommen, weil wir Gottes Willen getan haben, aber Gott hat uns den Sieg versprochen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Druck und Einschüchterung andere uns dazu bringen, Gott nicht zu gehorchen. Wir Christen sind Gottes Kinder, und wir müssen Gott immer gehorchen. Unsere rechtschaffenen Bemühungen werden den Namen Gottes fördern und mehr Menschen dazu bringen, an ihn zu denken. Menschen werden Gott mehr dienen, wenn sie an ihn denken. Auch unsere Gehorsamshandlungen werden zu unserem Segen führen, da Gott versprochen hat, für diejenigen, die mich ehren, werde ich ehren, und diejenigen, die mich verachten, werden leicht geschätzt. 1. Samuel 2, 30 Gebet, lieber Gott, bitte hilf mir, jederzeit für dich einzutreten. Hilf mir, für Gerechtigkeit einzutreten und dir zu gehorchen. Bitte lass mich nicht dem Druck dieser Welt nachgeben und dir nicht gehorchen. Halten Sie mich wie erforderlich ehrlich, damit Sie zufrieden sein können. Lass mein Ja-Ja sein, und lass mein Nein-Nein sein. Lassen Sie mich auch anderen die Wahrheit der Schrift sagen, Lassen Sie mich nicht unberechenbaren und oder gottlosen Meinungen folgen. Hilf mir, nach der Bibel zu leben, damit du mich auf Erden und im Himmel segnen kannst. Denn im Namen Jesu Christi mache ich meine Bitten. Amen 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 Amen